Hallo, ich bin Wiebke Bramberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Piccadilly an der Silbersack-Tweete bei Herbert Wisniewski, Wirb der ältesten schwulen Kneipe Hamburgs. Hallo Herbert. Hallo, guten Abend. Schön, dass wir hier sein können. Das ist sehr kuschelig, habt ihr es hier. Und ich war ja auch schon mal vor vielen Jahren hier in dem Laden und man hat den Eindruck, hier ist irgendwie die Zeit stehen geblieben. Hat sich hier in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt im Laden irgendwas verändert? Nein, also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas veränderte. Okay, wurde mal ausgelegt, die Auslegware oder sowas und ein paar Kannen dazugekommen. Und ich werde ja oft gefragt, wie viel hast du denn? Ich sage zu dem Gast, ja, du musstest selbst zählen, sage ich dann. Also hier hängt tatsächlich die ganze Decke, gesäumt von Kannen und auf Brettern stehen hier die Kannen. Wie viele es sind, weißt du nicht. Das weißt du gar nicht. Du hast nicht nachgezählt. Ich habe da unten ein Brett, wo ich viele Kannen habe, wo ich die weiß, von wem ich die geschenkt bekommen habe. Zum Beispiel meine Schwester, meine Cousine, Dominika, Robert Kreis und viele. Also die weiß ich unten alle, die auf dem einen Regal stehen. Dominika hat ja auch eine Kanne geschenkt. Ja, ja. Ja, zum Geburtstag oder einfach so? So, ja, wir haben eine nette Freundschaft gehabt und sie hat mir alles erzählt, auch wie sie ausgewandert ist von Hamburg nach, wo ihr Bruder gestorben war und sie hat ein kleines Häuschen geerbt und dann sagt sie, Herbert, ich gehe da runter und kam noch hierher und wollte sich verabschieden und so. Und dann sage ich, hast du noch so einen großen Hund dabei? Oh ja, sagt sie, der frisst mir das ganze Erbe weg. Und dann ist sie unten geblieben und hatte mir das auch gesagt, wenn ich sie mal besuchen möchte, dass ich kommen soll. Und dann ist sie aber nach ein paar Jahren, ist sie doch wieder zurückgekommen und kam auch wieder hierher. Wir haben manche Hade-Abende zusammen hier mit Eppendorfer, haben wir hier verlebt. Eppendorfer hatte für jeden Gast ein Geschenk machen lassen von irgendwelchen, das hat er bezahlt. Jeder Gast, der reinkam, kriegt ein Päckchen vom Eppendorfer. Naja, und dann hat mir die Dominika dann gesagt, dass sie da nicht, das hält sie nicht aus. Die Leute, wenn sie auf der Straße sind, spucken sie an und wenn sie ihm... Da bei ihrem Bruder? Ja, der Bruder war verstorben. Ja, wo der Bruder gelebt hatte, in dem Haus ihres Bruders. Und natürlich, der eine und der andere, der hier das erfahren hat und so, der hat gesagt, naja, natürlich in so einem kleinen Städtchen, wenn da die bekannteste, mach den Ausdruck immer nicht sagen, aber... Hure, wieso nicht? Ja, ich weiß nicht, weil wir so, das ist so beklemmend immer für mich, weil sie so lieb, ich hab gesagt, naja. Aber da stand sie doch zu und das war sie doch und das war auch ein wichtiger Teil ihres Lebens. Ja, ja, aber... Für dich war sie was anderes. Ja, dieses Wort, also habe ich, also ganz wenig, naja, und dann ist sie wieder zurückgekommen, weil sie gesagt hat, auch wenn sie im Schlachterladen waren, die zwei, drei Frauen in die Ecke gegangen und sich da, also wenn sie sonst was wäre, nicht? Und dann sagt sie, das halte ich nicht aus und dann kamen sie ja nach Hamburg wieder und da hat die Stadt ihr ja Streetwerkerin angeboten und auf St. Georg und den jungen Mädchen irgendwie zu Ratschläge zu geben oder so. Aber Dominika habe ich kennengelernt durch den Horst, Crazy Horst. Horst Schleich, ja. Horst Schleich, ja, der war der erste Gast mit seiner Schwester, der hier an der Tür vorne klingelte. Und Herbert, du bist das, und wir kannten uns ja, nicht? Er hatte, in der Otzenstraße hatte er einen Laden, dann hatte er am Paulinenplatz, hatte er die Ratsveranstube, nicht? Und wir hatten immer ein nettes Verhältnis, nicht? Und er sagte, du bist, ich war so neugierig, nicht? Und dann waren die beiden, waren dann damals die ersten Gäste, nicht? Aber Horst, Horst ist verstorben, Dominika lebt auch lange nicht mehr. Wir haben uns das letzte Mal getroffen auf der Beerdigung von Heinz Diego, Leas, vom Pulverfass. Sind ja nun alles Weggefährten von dir. Sind da von früher noch welche übrig? Ja, aber, die ich alle richtig kannte, alles Neuzugänge. Neuzugänge meine ich so, schon, die ihre Läden vielleicht auch schon 20 Jahre haben. Zum Beispiel einen, den muss ich erwähnen, den Gastwirt, der darf St. Georg einladen. Der war damals der jüngste Gastwirt. Und der hat seinen Laden immer noch, das ist über 33 Jahre. Aber jetzt so von den Anfängen, von deinen Anfängen, von den ganz alten Hasen, ist keiner mehr da? Nein, nein. Schmerzt dich das? Auf jeden Fall, ja. Und dann denkt man ja doch immer nach, aber ich möchte noch anderthalb Jahre machen, dann habe ich meine 50 Jahre voll. Und, aber das weiß man nicht. Aber ich hätte es gerne, nicht? Ja. Schön feiern und... 50 Jahre stolze Leistung. Lass uns mal an den Anfang gehen. 50 Jahre, das heißt, der Laden, also der Laden wurde ja gar nicht von dir eröffnet, sondern 1958 von Johnny, ne? Ja. Und erzähl doch mal ein bisschen was zu der Geschichte des Ladens, zu der Eröffnung, wie es dazu kam. Naja, ich habe ja vorher mal bei Johnny eine kurze Zeit gearbeitet und ich kannte den Laden und mochte den Johnny und der Johnny mochte mich. Aber kannst du aus der Eröffnungszeit schon was sagen? Also 1958 hat Johnny den Laden übernommen und wann bist du dann dazugekommen als Cleaner? Also eine kurze Zeit, so 1962 habe ich bei ihm mal kurze Zeit gearbeitet und bin dann wieder zu dem alten Chef in der Hein-Heuer-Straße, die Dandy war. Und der hatte mich dann wieder geholt, weil hier war die ganz große Zeit schon bei Johnny war da vorbei hier. Es war ja nur mit Klingeln und hier traf sich wirklich die ganze Prominenz. Oh, hier heiße Hubert von Meiering und ich kann sie alle gar nicht aufzählen, die sich hier sehr, sehr wohl gefühlt haben und mit Frauen waren auch, weil Johnny nicht so die einzige Frau war, die Putzfrau. Also es gab keinerlei Frauen hier, nur die Putzfrau? Ja, also ich habe keine erlebt und hier war auch und die haben sich alle hier sehr wohl gefühlt, weil auch kein Strich hier war oder so. Und Johnny war, der wollte sehr, also Kaffeekannen hatte der nicht gesammelt, der hatte Whisky-Wassertöpfe gesammelt, aber die einzige Frau, die Putzfrau, ich habe ja nun gearbeitet hier und die hatte einen sehr großen Busen und dann hatte sie den so am Tresen ein bisschen auf und ich musste da was wischen und da habe ich gesagt, entschuldigen Sie, können Sie die mal runternehmen? Und da hat die ein Theater gemacht. Ich habe gesagt, Johnny, was hast du denn für einen neuen Barkeeper, das ist ja widerlich und hier komme ich nicht mehr, wenn der immer noch, wenn der noch hier ist, nicht? Und dann gingen sie weg und Johnny musste sich eine neue Bar holen, nur weil ich das gesagt habe, können Sie die mal runternehmen? Ich wollte nicht sagen, die Brust oder nicht? Oh je, meine Güte. Und dann nach vielen, vielen, vielen Jahren kommt eine Tür, war ja auf für jedermann, für Weiblein und Männlein und alles, egal. Und dann kommt eine Frau rein, kennen Sie mich? Ich gucke so, ich sage, ich kenne Sie leider nicht. Ja, sagt sie, ich war früher bei Johnny, doch die Putzfrau, und sie hatten mal sowas zu mir gesagt, da bin ich nicht wiedergekommen. Ich sage, nein, war so viele Jahre vergangen. Aber dann gut verstanden, ja, wieder ausgesühnt. Ja, doch. Ja, lustig. Aber gerade in den Anfang war das ja, also mit Klingeln hier und mit, dann hat Johnny, glaube ich, durch irgendein Guckloch da, durch das Bullauge geschaut oder wie lief das? Naja, man hat, der Eingang war ja früher Friedrichstraße und es wurde ja dann hier alles umgestaltet. Die Friedrichstraße wurde zur, die Hälfte zugemacht und der Eingang wurde, ich wurde gefragt, ob ich damit einverstanden wäre, weil ich noch Vertrag hatte, dass der Eingang hier hinten hinkommt und Silber sagt, Tweete wird raus. Und das ist aber so ein, ich glaube auch schön, dann können die Autos so durchfahren, aber dass so ein Gartenweg entstanden ist. Der nachts, und hatte auch Schwierigkeiten, da vorne eine Reklame hinzukriegen. Da haben die Herren gesagt, ich sage, ich möchte gerne da vorne eine Reklame hinhaben, damit man das sieht von der Silbersackstraße. Ja, Herr Wisniewski, da wollen Sie noch eine Lampe haben. Ja, das leuchtet den anderen ins Schlafzimmer. Und da war eine Frau dabei auch noch und die hat gesagt, Herr Wisniewski, gehen Sie mal beiseite. Und dann hat sie mit denen besprochen, die waren ja mit von den Beamten. Und dann sagte sie, Sie kriegen Ihre Lampe da vorne hin, die Reklame. Musstest du für kämpfen für deine Lampe. Ja. Also man kam hier nur mit Klingeln rein, das hatte ja alles seine Gründe. Das war ja nun die Zeit, in der homosexuelle Regelrecht verfolgt wurden von Bürgern, von Truppen, die sich zusammengeschlossen haben oder auch vom Staat. Selbstverständlich, es gab den Paragrafen 175. Aber es gab viele, viele schwule Kneipen, 40 auf jeden Fall, die ich aufziehen kann. Ja, Zufluchtsorte, ne? Ja, und die hatten offene Türen. Da wurde es, der einzige Laden war mit Klingeln am Anfang von Johnny hier. Der hatte das mit Klingeln gemacht. Und dann sind zu viele Sachen passiert, Überfälle und so. Und dann haben, ich will die Namen alle gar nicht aufzählen, und dann haben alle schwulen Kneipen, haben dann mit Klingeln gemacht. Auch da, wo ich nachher im Tusch genommen gearbeitet habe, sogar ein Gitter. Dann konnte man die Tür aufmachen, war das Gitter, ach ja, dann kannst du rein. Da war ohne den Spiegel, das war ja ein Spiegel von außen, und konnte man durchgucken, ne? Also von innen konnte man dann durchgucken. Und wenn du so guckst, hast du dich selbst im Spiegel gesehen, ne? Also nicht gesehen, dass es durchsichtig war, ne? Ja. Aber hattet ihr hier auch mal Übergriffe? Ja, wir haben mal eine Sache, und das war mein erster Tag, den ich frei hatte. Und dann kriegte ich einen Anruf von dem, der mich vertreten hat. Und dann rief ich an, du musst kommen, wir sind eben überfallen worden. Und da habe ich noch gewohnt, da bin ich hergekommen. Und da waren vier Leute, eine Frau, die ich sehr, sehr gut kannte, und drei Männer, die hatten sie in der Damentoilette eingesperrt und hatten ihren Wertsachen entwendet und haben gesagt, wenn ihr gleich die Polizei anruft, dann passiert euch doch mal was oder so. Und da waren wir natürlich geschockt. Aber das war jetzt kein, also es war ein Überfall auf die Kneipe, aber kein Angriff auf Homosexuelle in der Form. Hattet ihr das mal in dieser wirklich schwierigen Zeit? Nein, nein, nein. Gar nicht hier. Und es wurde ja auch eine Fahnungskommission eingerichtet mit dem Namen Homo, die damals auch an der Davidwache stationiert waren sozusagen, die Beamten. Und die sind ja, die fahren dann zivil, haben ja dann das Treiben in den Schwulenkneipen beobachtet. Waren die hier auch häufiger mal? Nein. Gar nicht? Habe ich nie. Ich habe darauf aufgepasst, dass hier keine Minderjährigen reinkommen. Und das ist, glaube ich, das Hauptziel gewesen. Wenn die Schwulenkneipen, da war irgendwann mal Tanzverbot in den Schwulen, durfte nicht getanzt werden. 1960, ne? War das? Ganz genau weiß ich das nicht, will ich da auch nicht falsch sagen. Aber da war Tanzverbot. Hatte das Auswirkungen auf den Laden? Das weiß ich auch nicht. Nein, nein. Ich habe ja, wie ich vom Kaffee Käse habe ich ja in der ersten Schwulenkneipe, wo ich angefangen habe, und da hat die Chefin nur immer gesagt, wenn getanzt wurde, dann sollten die auseinander tanzen. Also Tanzverbot habe ich gedacht, dass man Männer zusammen mit Umarmung, also so, ne? Also sie sollten alleine tanzen? Ja, ja. Okay. Aber nochmal zurück zu deinen Anfängen hier. Also vielleicht starten wir mal mit Hamburg. Wann du nach Hamburg gekommen bist, weil du bist ja gar nicht aus Hamburg. Ich bin in Hamburg angekommen 1960 und hatte ausgelernt und habe eine Odyssee gemacht, bis ich hier in Hamburg war. Ich hatte hier in Hamburg drei Tanten, aber ich wusste nicht, wo sie wohnten. Zwei waren die Schwestern von meinem Vater und die eine war die Schwester von meiner Großmutter. Meine Mutter war ja 42 verstorben und die Großmutter war meine Erziehungsberechtigte. Und bis 1957 habe ich in Erfurt gelebt und bin sogar entdeckt worden fürs Theater von Willi Semmelrogge. Ach Gott. Ich bin immer, ich bin immer in, wenn ich von meiner Tante kam, bin ich an dem jungen Theater oder neuen Theater vorbeigegangen. Und dann kamen die Kinder immer raus nachmittags, nicht? Und dann, wenn es klingelte, dann alle wieder da rein. Und dann, das habe ich zwei, dreimal gesehen und dann habe ich gesagt, ach, wenn du da mal mit reingehst, wenn die alle reingehen, vielleicht ist da ja noch ein Platz frei, nicht? Naja, dann bin ich auch mit rein, hinten angefangen und da war dann ein Platz, da habe ich mich hingesetzt, habe natürlich immer das Stück nur zur Hälfte gesehen, nicht? Und dann, das war ein russisches Märchen, die feuerrote Blume, kann ich mich erinnern, nicht? Und dann gehe ich wieder mal rein und da ist voll. Und du machst auf der anderen Seite schon die Vorhänge zu und dann denke ich, du liebe, und bin, laufe nach vorne und in der vierten, fünften Reihe sind zwei Plätze nebeneinander frei. Naja, habe ich mich hingesetzt und dann ging ich auch auf der Seite schon die Vorhänge zu. Und dann ging natürlich das Stück weiter, war ja eine Pause gewesen. Naja, und dann habe ich aber mit einem Auge immer so, weiß ich nicht, war ein bisschen unruhig. Und dann kommt auch ein Mann und setzt sich neben mich, nicht? Und dann, wenn denen seine Frau noch kommt und dann, da auch noch, und dann guckte er mal an und dann ging ich das Licht an und Applaus für das nächste Stück, nicht? Und dann fragte er mich, ich sage, hast aber einen teuren Platz, nicht? Da habe ich so ein bisschen rumgedruckt. Ich sage, ja, sage ich, ja, aber, ja, wer hat denn denn bezahlt, deine Eltern? Ich sage, ich habe keine Eltern. Ja, wer hat denn denn bezahlt? Ich sage, ich komme immer in der Pause rein. Und dann, ich sage, das finde ich ja toll. Aber würdest du denn auch gerne Theater spielen? Ich bin bei einer Frau im Hocker. Ich sage, natürlich, wenn ich gefragt wurde, was möchtest du mal werden? Da habe ich immer gesagt, Schauspieler oder Lokomotivführer. Da haben die immer alle so gelacht und gesagt, wie kann das angehen? Schauspieler, was hat das mit zu tun? Mein Vater soll das gewesen sein, nicht? Und da habe ich immer gedacht, auch wenn der das gemacht hat. Lokführer. Lokführer, nicht? Und Schauspieler fand ich immer toll. Dachtest du, dann entweder in Papas Fußstapfen oder Schauspieler? Ja, war ich auch in der Schule immer, wenn was war, mit Schauspielerei oder Gedichtssagen und so. Herbert hat immer das Vorrecht gehabt, also hat man mich gerne genommen. Genauso wie ich, ach so, dann sagt er, ja, ich bin ja Intendant. Und ich wusste gar nicht, was Intendant war. Aber er muss was zu tun gehabt haben. Dann sagt er, und dann mit den Eltern, und dann sagt er, werden die denn bereit, dass du im Theater mitspielst? Oh, das Handy klingelt. Okay, dass du im Theater mitspielst. Ja, also, dass ich da mit will. Und dann habe ich gesagt, ja, kriege ich auch Geld dafür? Ja, sagt er, gibt es aber. Ich sage, dann lassen die. Wir waren ja arm wie die Kirchenmäuser. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es auch was. Und ich sagte, dann gehst du morgen in die Theaterstraße und im ersten Stock und sagst, du kommst von Willi Semmerocke und du möchtest zwei Formelare haben. Einen für die Erziehungsberechtigten, einen für deine Großmutter und einen für die Schule. Ich bin ja nach Hause geflogen. Und ich sage, Omi, Omi, ich kann Theater anfangen. Du mit deinem Theater, Emma, das ist ja furchtbar. Und dann habe ich ihm das erzählt, was ich ihm gesagt habe. Und dann sage ich, es gibt auch Geld dafür. Und dann, ich sage, du musst morgen das abholen und dann musst du da unterschreiben. Und das habe ich auch gemacht. Sie hat auch unterschrieben, ohne zu morren. Und nächste Sache muss ich ja zum Schulleiter. Und dann erst so einen Stock und dann habe ich geklopft. Und Herr Braun, ich sage, Herr Braun, ich habe hier einen Zettel, möchten Sie gerne unterschreiben? Ja, leg da hin und dann kannst du morgen abholen. Und den nächsten Tag hingegangen, hat er auch unterschrieben gehabt. Trotzdem ich in der Schule nicht so ohne Leuchte war. Und dann hatte er für mich das erste Stück, was ich mitspüre, ohne zu reden, also nur als Statistenrolle. Ich kriege die zwei Mark für die Probe und zwei Mark für die Abendvorstellung. Das war schon viel Geld, ne? Ja, die ganze Woche kriegte ich ja Wochen, wie sagt man da, Wochengeld, also… Den Wochenlohn. Ja, von der Großmutter zwei Mark die ganze Woche. Ach so, so Taschengeld. Ja, so ein Taschengeld kriegte ich, ne? Aber auch nur, weil ich meine Tante, Tante Lähnchen sagte, was gibst du denn dem Jungen für Taschengeld? Ja, da kriegst du eine Mark. Martha, das ist aber zu wenig. Und dann hätte ich sie küssen können, dann kriegte ich dann zwei Mark von der Omi. Wahnsinn, wie du das noch erinnerst, das ist ja irre. Und weil das ist ja schon echt ganz schön lang her. Und wie lang warst du dann da am Theater? Wie alt warst du da überhaupt? Da war ich so zwölf, äh, elf ungefähr. Und da habe ich in drei Stücken, das nächste Stück war die meiste Singer von Nürnberg, das fand ich furchtbar. Und da war auch ein junger Mann und wir saßen immer auf so einer Treppe, wenn wir nicht dran waren, ne, er saß auf der, so, da waren zwei Türen, einmal waren die Requisiten und auf der anderen Seite war auch irgendwas, ne, und wir saßen nicht, weil wir nicht dran waren. Und dann kommt er, hast du eine Freundin? Nö, hab ich nicht. Du hast keine Freundin? Nö, sag ich, hab ich nicht. Hast du noch nie geküsst? Nö, sag ich, hab ich auch noch nie geküsst. Und dann nimmt er mich und küsst mich, ich fand das natürlich, fand ich so toll. Also der erste Kuss von einem jungen Herrn? Ja, das hat sich ja irgendwie bestätigt, ne? Das hat sich doch. Das hat sich ja dann sofort geführt. Aber ich wollte es doch nicht sein. Ich habe bis lange mit mir doch, ich habe auch viele Freundinnen gehabt, auch, das war nicht einseitig, das war wirklich toll gewesen, ist egal, ob ich in Buchen, wo ich gelernt habe, habe ich Freundinnen gehabt und auch noch in Hamburg und bis ich da doch mal damit Schluss gemacht habe. Ich weiß nicht, blöd entscheiden, aber was überwiegt denn? Und dann war das Schwule, weil er dann doch, hat gesiegt. Wie alt warst du da, als du dich dann dafür entschieden hast? 21, 22, 21, 22, wie ich schon in Hamburg war, ne? Ja. Also und von, wann bist du dann, mit wie vielen Jahren bist du dann weggegangen? Da warst du ja noch gar nicht alt, ne? Als du nach Hamburg warst. Von Erfurt bin ich weggegangen, da war ich 17. Da habe ich meine Lehre als Konditor unterbrochen und bin ganz, wo die Großmutter ja auch noch unterschreiben musste, ne? Dann kam ich nach Klado, wo die Jungs alle hinkamen, die alleine waren und warteten jetzt auf die Unterschriften. Naja, und da habe ich, Großmutter hatte ja unterschrieben, ich unterschreibe unter Tränen, ne? nicht, aber ich habe eine Bitte, lerne aus, ne? Und ich wurde dann gefragt. Was musste sie denn genau unterschreiben? Dass sie deine Vormundschaft hat, aber du gehen darfst? Also, also, dass ich bleiben durfte. Dass du alleine? Ja, ja, das war, hätte sie nicht unterschrieben, hätte man mich wieder zurückgeschickt, weil ich nicht volljährig war, ne? Und die volljährig waren, die war ja kein Problem. Ich kam ja nach Marienfelde und in Marienfelde waren dann drei, wo ich gefragt wurde, das und das, so verschiedene Geschichten. Und dann sagten die auch, was willst du denn, willst du weiter lernen oder willst du ins Bergwerk? Ins Bergwerk kriegst du 920 Mark und wenn du als Konditor mit Wohnen, Essen, allen im Haus, kriegst du 59. Und Großmutter hatte doch, da habe ich mich wirklich entschieden, als Konditor, ne? Und bin dann ja in Bochum, habe ich beim Obermeister ausgelernt, habe auch noch meinen Nährbrief und alles und konnte den 1960 meiner Großmutter noch zeigen. Wir haben beide geheult, ne? Das war, weil das hat ja keiner geglaubt, dass ich ausgelernt habe. Die haben gesagt, hat sie mir gesagt, die haben alle gesagt, du glaubst du nicht, wenn der Junge im Westen ist, dass der da auslernt und so, ne? Aber, wollte ich jetzt sagen. Kannst du denn das noch? Nein. Könntest du jetzt irgendwie hier mir so eine Torte machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, das gilt es zu beweisen. Vielleicht sollten wir uns nochmal treffen und du hast dann irgendwas Schönes für mich. Nein, 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 nein. Nein, sowas schaffe ich. Also Kekse würde ich noch backen können, ne? Aber ja, Torte, Torte auch. Aber ich war ein großer, also sehr, sehr, was, Blätterteig. Auch in der Lehrwerkstatt. Wir waren ja über 20 Mädchen und Jungs, ne? In der HO-Lehrwerkstatt Walter Ulbricht. Und da war ich der Blätterteig-König. Die Pasteten, die durfte ich oder sollte ich nur machen, weil die so hoch gingen und so, ne? Auch noch hier in Hamburg habe ich ja in drei, zwei Konditoren, also in Eimsbüttel. Und der hatte sich leider das Leben genommen. Und da hatte ich wieder keine Arbeit. Und da habe ich eins, da wohnte ich noch bei meiner Tante Lene im Korridor auf der Luftmatratze. Und dann die andere Stelle hatte ich in Pagenfelder Platz in Horn mit einem wunderschönen Apartment. Und das war toll. Da war nichts mehr mit Luftmatratze. Also du bist hierher gekommen, nach Hamburg, weil du zu deiner Tante gegangen bist. Und wusstest, okay, hier willst du gucken, dass du dir eine Zukunft aufbaust als Konditor, ja? Und hattest dann zwei Anstellungen hier als Konditor. Zwei, ja, aber ganz kurz nur. Und dann Kneipe. Ja, dann hatte ich gar nichts. Und ich bin durch einen anderen Mann, wo meine Tante wohnte, nebenan war eine kleine Kneipe, die hieß bei mir. Und da bin ich immer hingegangen und die Wirtin und ich, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Die war, die Margret, die war mal verheiratet, war geschieden. Ganz kleines Kneipe, nicht? Und dann war dort ein junger Mann und wir haben uns sehr gut verstanden. Und dann stand da ein Schild in der Kneipe, tanzt in den Mai. Ich musste damals schon so lachen, in dieser kleinen Kneipe tanzen. Das ging gar nicht, nicht? Und er saß neben mir und er kam von Toilette und hatte seine ganze Hose. Aber er war sehr betrunken und hatte so gegessen. Und dann habe ich gesagt, du, deine Hose ist auf. Und er hatte die Augen so halb auf. Ich denke, der hat das mitgekriegt, der hat das mitgekriegt. Und dann sagt Margret, bist du so gut, Herbert, und bringst du ihn nach Hause? Der wohnte in der Torhundküßstraße. Ich sage, ja, mache ich, habe ich mich gefreut. Na ja, dann habe ich ihn so ein bisschen unter den Arm genommen und über die Straße. Aber ich hatte Angst, meine Tante Lenchen, die ging übrigens zu einer Nachbarin oben und die beiden Weiber dann immer unten geguckt. Ich habe Angst gehabt, dass sie mich sieht. Die wusste nichts von mir, von Homo oder Schwules. Und da wäre die Tür bestimmt, die wieder aufgegangen. Also die hatte da gar kein Verständnis. Naja, und dann gehen wir durch den Torhundküßstraße und dann schnappt er mich und gibt mir einen Kuss. Naja, war das so ähnlich wie im Theater dann nicht. Ist alles irgendwie zufällig passiert, ganz offensichtlich. Ja, und dann bin ich immer wieder da zur Margret gegangen, weil ich den treffen wollte. Weil es hat mir alles gefallen. Und er kam. Ich sage, Margret, war der da? Nee, war nicht da. Ja, Margret kam nie wieder. Und dann gehe ich wirklich ins Kaifu, ins Bad. Und dann ist er auf der Mitte, ich komme von da, er komme von da. Ich sage, ich habe mich so gefreut. Ich sage, warum kommst du denn zu Margret nicht mehr? Ja, ich gehe woanders hin. Ich sage, wo denn? Nö. Ich sage, das kannst du mir sagen. Ich gehe ins Lido, ich gehe ins Raunchi. Das war Pferdemarkt. Und da fuhr ich immer mit der Straße, war manchmal vorbei. Raunchi, Tanz unter Palmen. Da bin ich immer hingegangen. War das eine normale Kneipe oder eine Schwulenkneipe? Das war eine normale Kneipe, nur zum Tanzen. Erinnerst du noch deinen ersten Besuch in einer Schwulenkneipe? Ja, da bin ich gerade darauf hin. Wie er sagte, er geht, ich sage, wo gehst du denn hin? Ja, nee, da gehst du doch nicht hin. Ich sage, warum nicht? Ich sage, sag mir doch, wo, ich komme da auch hin. Nein, nein, du kommst. Ich sage, sag mir. Na ja, sagt er, da tanzten nur Männer zusammen. Ich zuckte wirklich auf. Nein, das war für mich, weil ich das noch nie gehört habe. Und so, Tanzen nur Männer. Da habe ich gesagt, wie kann das angehen? Also, ich konnte es mir jetzt nicht vorstellen. Und hatte auch, ich sage, wie heißt denn das? Ja, das heißt Laubfrosch. Ich sage, und wo ist das? Ja, da sagte er mir an der Adresse. Weil die Querstraße von der Reeper war. Naja, und verabschieden, ich ging ins Bad und so. Und wir hatten uns auch nicht wieder gesehen. Aber das habe ich behalten. Querstraße, Laubfrosch. Und dann immer, wenn ich mal Zeit hatte, dann bin ich alles abgegangen. Übergeguckt, nichts. Ach, dann gibt es das wohl nicht mehr. Hast du das gesucht? Ja, ich habe das gesucht, weil ich den Mann treffen wollte. Und dann einen Tag wieder ein Mädchen nach Hause gebracht, in die Otzenstraße. Und dann vor der Tür. Und wir hatten beide getrunken. Und ein bisschen Küste vor der Tür. Und dann habe ich gesagt, jetzt wirst du mal eine Taxe nehmen. Habe ich eine Taxe, die kam zufällig. Und da habe ich zu denen gesagt, einmal Laubfrosch bitte. Und der fährt ohne zu fragen, wo ist das? Ich denke, Gottes Willen, der kennt das. Bitte halten Sie aber davor, halten Sie davor. Und das war auch eine schwule Kleibe. Das war das Flamingo in der Kastanienallee. Und da hielt er auch vor dem schwulen Laden. Und ich wollte nicht, und dann bin ich dann ... Wolltest du nicht vor dem Laubfrosch abgesetzt werden? Nein, nein, nein. War dir so unangenehm? Ja. Und dann hast du dich aber reingetraut? Dann habe ich mich reingetraut und mache die Tür auf und gehe runter. Und dann ist einer, der hatte ein bisschen verwackelt. Die neue kommt. Ich hätte beinahe den über den Tresen geholt, ehrlich. Ich habe gerade zwei Stufen, die neue kommt. Das war die Knolle, mit der habe ich mich nachher, habe ich da gearbeitet sogar. Also in dem Laden hast du dann angefangen zu arbeiten? Ja, das war als Schwule. Aber ich habe dann, wie die Frau Stoß, die hatte ich kennengelernt, weil ich ja öfters jetzt hingegangen bin, da habe ich ein paar Stunden bei der Platz gearbeitet. Bei dem Konditor da, wo ein schönes Apartment oben. Und dann saß sie da und ich saß immer da. Und dann sagt sie, Herr Herr, kommen Sie doch zu mir. Kommen Sie doch, um mir zu arbeiten. Und ich sage, Frau Stoß, das kann ich doch nicht. Kommen Sie, kommen Sie. Gold können wir machen, Gold können wir machen, und sagte sie immer, die alte Dame, schwarz gefärbte Haare. Also wir mochten uns sehr, sehr gerne. Und dann sagt sie, kommen Sie doch. Und da habe ich gesagt, Frau Stoß, das geht nicht. Und dann wieder, wie ich das Apartment da in Horn, der hatte mich 14 Tage vor Weihnachten, hat der mich gekündigt gehabt. Und da sitze ich bei mir. Weshalb? Weißt du das? Was? Weshalb? Ich hätte zu viel gegessen. Zu viel gegessen? Kuchen, ja. Und ich habe es nicht gegessen. Ich habe immer nur manchmal diese Stücke, die abgeschnitten wurden, die Ränder. Da habe ich mal ein Stück. Ich habe nie ein Stück. Nur habe ich keine Wohnung. Ich hatte das schöne Apartment und die Arbeit. Und dann saß ich bei Frau Stoß und hatte jetzt die Kündigung gekriegt, 14 Tage vor Weihnachten. Und dann hat sie das gemerkt. Sie hat gesagt, Herr Herbert, mit Ihnen ist doch was nicht. So, nee, alles gut. Nein, nein, sagt sie, Sie sind sonst anders gewesen. Was ist denn? Sagen Sie mal, noch ein Bierchen und noch ein Schnäpschen und so. Und dann habe ich ihr das gesagt. Ich sage, Frau Stoß, ich habe 14 Tage, jetzt war noch Zeit und dann, oder 13 Tage, und dann habe ich keine Arbeit und keine Wohnung. Ah, sagt sie, das ist so schön. Dann kommen Sie zu mir und ich habe in der Renzelstraße noch eine Wohnung, die ich gar nicht benutze. Ich habe Bungalow und Bergedorf und dann können Sie die ganze Wohnung können Sie haben und dann fällt einem ja ein Stein vom Herzen. Ich sage, Frau Stoß, ja, Sie brauchen keine Miete, können Sie das nehmen? Dann sagt sie, ich behalte ein Zimmer für mich, wenn ich mal ein bisschen was mehr getrunken habe, dann bleibe ich hier in Hamburg in der Renzelstraße. Sagt sie, können Sie, wunderbar. Ja, was macht man denn, wenn man eine Wohnung kriegt und eine Arbeit? Ja, klar. Und da habe ich angefangen. Die Leute mich immer angeguckt, immer so, alles, was ich gemacht habe, so ein neuer in einem Tresen und dann war ein Mann, der hatte ganz Leder und hier eine Kette und da eine Kette und der guckte jedes, was ich gemacht habe, guckte der immer so. Und dann habe ich zum Vorstoß gesagt, ich so, Frau Stoß, der da, ist das ein Mörder? Ha, die Tunte! Ha, ha, nein, die Tunte! Nein, das ist Rechtsanwalter. Oh je! Und der war sehr bekannt und der kam sogar noch hierher, später und da habe ich ihm die Geschichte mal erzählt, da hat er selbst gelacht. Und der hat vielen Homos oder vielen Schwulen damals sehr, sehr geholfen vor dem Gericht, die mit Jugendlichen oder irgendwas mit Schwul zu tun hatte, dann hat er da und hat vielen geholfen, das habe ich gehört. Ja, und hier im Piccadilly, lass uns mal auf den Laden kommen, wie war, wie war das? Das war ja so eine eigene kleine Welt. Wie war das hier früher? Wie war die Atmosphäre, als du damals hier als Kenner angefangen hast? Ja, das war also ein großer, großer Unterschied. Viele Leute, die kannte ich ja von, ich habe ja, denn nachher, bevor ich hier war, hatte ich ja schon in der Dandy-Bahn eine kurze Zeit gearbeitet, in den Laubfrosch, Tusculum, Tusculum habe ich acht Jahre gearbeitet. Ich habe viele Menschen kennengelernt, und das war natürlich ein guter Start für so eine Kneipe. Die haben mich immer alle gefragt, wo? Und dann habe ich gesagt, ihr werdet das schon erfahren, wo ich arbeite, mit dem Chef habe ich mich sehr gut verstanden gehabt, wollte ich nicht immer die Reklame für den Laden hier machen. Aber auch mir kannst du es doch sagen. Ich sage, nee, das sage ich nicht. Du wirst das schon erfahren. Ich habe das nicht im Tusculum, damals war der angesagteste Laden. Und die kamen immer zu mir und sagten, ja, das Piccatelli, der Johnny ist doch verstorben. Der Laden war ein halbes Jahr leer. Also du hast aber bei dem Johnny ja angefangen, ne? War eine ganz, ganz kurz. Okay, und der ist aber dann verstorben? Der ist verstorben, und dann stand der Laden ein halbes Jahr leer. Und die Leute kamen immer im Tusculum, ach, der Laden, ich nehme zwei Freunde, wir übernehmen das Piccatelli. Ich sage, auch toll. Komm, wieder zwei Freunde. Ich sage, das nehmen doch Klaus und Peter, die nehmen doch das schon. Nee, nee, das nehmen wir, wir haben einen Vorvertrag und so. Naja, und ich hatte einen Freund und der hat gesagt, Herr, sieh doch zu, dass du dich selbstständig da machst. Versuch doch, dass du den Laden kriegst. Oder einen anderen. Sagt er, ich koche und du bedienst, willst du immer nur für andere arbeiten? Du kannst ja jetzt für dich selbst das machen. Und dann wir beide. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hm. Und dann kamen wieder welche, das waren auch sehr gute Freunde, die hatten in der Bahnhofstraße, in Altona hatten die auch eine schöne Bar, aber eine normale Bar. Aber die wussten, die Gäste, die da kamen, dass das Freundespaar war, ne? Der eine war mal dann auch verheiratet gewesen und das war dann geschieden. Naja, und dann kamen die auch mal zu mir, also damals noch den Tust genommen, ne? Ja, wir werden wohl noch einen zweiten Laden auch machen, Peter und Klaus. Ich sage, wo denn? Ja, wir werden wohl das Piccadilly übernehmen. Ich sage, das haben doch schon so viele, wollen das doch haben. Nee, nee, das werden wir kriegen, weil der, der das verkauft, der ist bei uns Stammgast und der wird das, dass wir das kriegen. Und eines Tages kommen sie und sagen sie, nee, sagen sie, wir nehmen den doch nicht, wir bleiben nur bei uns im Laden. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du, der hat das Stimmherbert, dann nimm du doch den Laden. Ich sage, ja und? Ja, das kannst du mit dem alles besprechen, der kommt immer zu uns und der kommt immer, wann, wann, ich, dann und dann, dann kommst du auch mal vorbei, nicht? Dann könnt ihr das ja mal absprechen wieder. Ja, und dann bin ich, Stuttgarter Bräuchstübchen hieß der Laden da und dann bin ich dann da hingegangen, nicht? Und aber, wie ich vorbeigehe am Laden, da wollte ich noch ein paar Blumen holen, nicht? Für Klaus und Peter, ganz liebe Freunde. Und dann kommt er rausgeschossen und sagt, bist du verrückt, gehst hier vorbei, kommst nicht mal rein. Ich sage, ich komme ja gleich, nicht? Und dann bin ich rein und dann haben wir einen Tresen gesetzt, haben was getrunken und dann habe ich gesagt, noch was und noch. Ich sage, du, der Herr, ist der nicht? Ach ja, du, ja, du wolltest doch kommen, oh Gott, der sitzt da hinten. Okay, und dann hast du den Laden, habt ihr einen Abend dort verbracht und dann hattest du den Laden? oder wie? Naja, so schnell ging es ja nicht. Den Abend haben wir verbracht, aber weil ich gesagt habe, ich kenne ja so viele Leute, die haben schon einen Vorvertrag mit Ihnen. Ach, sagt er, Quatsch. Sagt er, wenn Sie den Laden jetzt nicht von mir bekommen, dann kriegen Sie 5000 Mark. Aber wenn Sie den Laden nicht nehmen, müssen Sie mir 5, das machen wir schriftlich. Und da wusste ich, dass ich den Laden kriege. Ja, und so war das dann. Ja, super. Und dann, als du hier wirklich als Besitzer eingestiegen bist, also optisch hast du hier nichts verändert, hatte sich dann in dieser Zeit irgendwas verändert? Ja, natürlich, dieses paar Mal habe ich, hier war früher bei Jonny eine Bar, hier so längs, so hoch und dann hatte ich auch hier mal einen, wie so Setzkästen, alles zu und alles mit Kannen und so Trödelkram da reingetan. Und hier hatte ich mal gesehen, das war immer so Rundung und dann hatte ich aber den Tresen auch gelassen. Da habe ich gesagt, der Tresen hier oben weg, zwei Tresen, das ist auch, das teilt das, bei Jonny war das, hatte ich immer auch noch. Aber hat sich auch an der Atmosphäre was verändert? Du hast ja den Vergleich, du hast ja vorher hier schon gekellnert auch und dann warst du selber der Besitzer. Ja, Jonny war mit seinen Getränken eben, ich habe mehr Bier und alles, was die Leute trinken, Jonny war so fixiert auf Whisky und auf irgendwie höherpreisige Dinge. Höherpreisige Sachen. Und das war ich. Und die Leute haben es ja auch getrunken, damals, in der damaligen Zeit. Aber ich habe gesagt, nee, da kommt Bier und da kommt alles, was gefragt ist. Ja, aber bei Jonny waren ja nur Männer hier. Nur Männer. Bis auf die Putzfrau, die dann auch nicht mehr da war. Nein. Aber bei dir waren dann auch Frauen hier? Also du hast jeden reingelassen? Ja. Das wolltest du nicht, ja? Ich bin ja an der Tür oft gewesen auch und dann noch eine tolle Geschichte, kommt eine sehr hübsche Frau, junge Frau und raufgeleitet, ein Dimpel-Cola, oh, Dimpel hatte ich, ne, und Cola und dann habe ich nur so ein bisschen. Dimpel? Das musst du erklären. Dimpel, ein toller Whisky. Achso, ein Whisky. Okay, entschuldige, ich trinke kein Whisky. Nein, ich auch nicht. Und naja, und die, sehr sympathisch, und dann sagt sie, habe ich Telefon, ich sage, ja, darf ich mal telefonieren? Ich sage, bitte gehen Sie da rein, da ist Telefon. Dann ging sie telefonieren, ich habe da nicht hingehört und so. Ah, sagt sie, ich kann noch ein bisschen bleiben, im Geschäft ist nicht viel los. Ich sage, okay. Habe aber nicht gefahren, Geschäft oder so, wir haben uns alles unterhalten, und dann ging sie, hat bezahlt und kam in zwei, drei Tagen wieder mit, auch noch einer netten Frau, auch, nur eine dunkelhaarige, und dann sitzt sie und trinkt, die trank was anderes, aber die hatte auch eine Kette um, mit ihrem Namen da drauf, so, und deswegen wusste ich dann, wie sie hieß, die eine, aber ich sage jetzt den Namen, nicht so, und dann trank sie an, und dann sagt sie auch wieder, kann ich noch mal telefonieren? Und ich sage, bitte schön, nee, wir können noch bleiben, sagt sie zu ihrer Freundin, und dann, wir können noch bleiben, noch wieder einen getrunken, und so, wurden wir, also, aber ich habe nie gefragt, wo sie anruft, und dann die eine tonte, alle auch schon tote, vor allem, denn, Herbert, du kommst nie zu Ilona zum Geburtstag, ich sage, ich bin schon eingeladen gewesen, aber ich weiß noch nicht mal, wo, das weißt du nicht, aber Herbertstraße Haus, so und so und so, ich sage, wo? Ja, an der Herbertstraße, da haben die beiden in der Herbertstraße gearbeitet, ne? Ah, ihr Geschäft, wo gerade nicht so viel los ist. Ja. Ja, ja, gut, ich hatte jetzt an ein Kaufhaus oder so gedacht, zu Klamottenladen oder so, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ja, aber warum nicht? Nun kam der Geburtstag, ich natürlich wusste jetzt ja wo, und dann bin ich Blumenstrauß oder noch irgendwas, was weiß ich, und dann da hin, Herbertstraße, das Haus, und das Fenster war zu dunkel, und nebenan war die Tür, und ich gucke so rein, und von hinten guckt eine Tunde, also ein Gast von mir auch um die Ecke rum, Herbert, und ich komme rein, da sitzen die alle hinten, so ein großer Tisch, da sitzen alle meine Gäste sitzen, naja, das war ja, und hallo, und dann die Freundin von ihr dann auch da, und dann sagte sie, willst du mal sehen, wir haben ja das ganze Haus restauriert und renoviert, willst du mal meine Arbeit sehen? Und ich so, ja, warum nicht? Gerne. Und da war so eine Tapete, wie eine Tapetentür, und ein kleiner Knauf, machte sie auf, ich so zurück, da war so, man sagte, es ist anwesendlich ein Gynäkologenstuhl, aber man sagt im Volksmund immer Pflaumenbaum. Pflaumenbaum, ah, schön, ja, gut, das hieß es dann wohl früher, habe ich so noch nicht gehört, ja gut. Das sagte man so, ach, das ist ein Pflaumenbaum, naja, und dann war da so ein Brett, und da waren Gummischwänze drauf, und dann war da ein Fahrrad, da konnte man sich das aufdrehen, auf, auf, auf den Sattel oder was? Auf den Sattel, also ohne Sattel, konnte man das dann da drauf machen, und in der Ecke war da so ein, silberne Stangen, wie so ein Käfig war das, ist ja, und was ist das dann? Und dann sagt sie, das ist da, da kommen Leute rein, die wollen dann so eingesperrt sein, das hat das Schloss, und da war so eine Kehrschaufel, mit so langen Stieh silbern, und dann wurde das da, ich sag, da mache ich ein bisschen Haferflocken, und ein bisschen Bipsig hackt drauf, und dann, Oh je, du hast hier offensichtlich sehr buntes Volk gehabt, oder auch immer noch bestimmt, also es ist, ja, es hat sich wahrscheinlich schon in den letzten Jahren ganz schön was verändert, aber damals, da war das ja wirklich, das Piccadilly so richtig Kult, und hier sind ja auch viele Prominente einfach ein- und ausgegangen, wen erinnerst du so? Naja, ich sag, wir haben ja vier Gästebücher voll, voll Prominent, und, naja, die alle aufzuzählen, oder so viel, das ist, Oh, ein paar kann ich dir nennen, ja, Max Rabe zum Beispiel, ja, Marianne Rosenberg, Dominika ist klar, Costa Cordales, und so weiter und so fort, ne? Nö, also beim, nein, also das würde ich, nein, also zu der Zeit, kann ich mich nicht erinnern, dass die hier bei mir waren, nein, nein, und das war nicht, aber schon, aber, das weiß ich nicht, okay, erinnerst du irgendwen, im Speziellen? Angelika Milster, zum Beispiel, die kannte ich schon aus dem Tuschelom, ja, also von der war ja auch die schöne Kanne, naja, Eppendorfer, Dominika auf jeden Fall, Robert Kreis, die ganzen vier Bücher voll, kann ich jetzt alle wirklich nicht aussehen, St. Pauli, er ist ein Ohnseuchtheater, wie viel, nicht? Und, wie muss ich mir denn das vorstellen, was war denn, was war denn so eine klassische Piccadilly Nacht? Wie, wie war da die Atmosphäre? So wie wir es gestern hatten, zum Beispiel die Holländer, Christina, nicht, das ist ein Name gewesen, bei Heinz auch, und der ist, die ist hier, ist Transe, nicht, aber nie als Frau weggegangen, nicht? Die hat sich, kam als Mann und ging als Mann, nicht, und hat sich hier in, dann hätte den umgezogen, nicht, und dann hieß bestimmt 25 Mal hier auf, mit Klavierbegleitung, und das war immer, die Karten waren immer, äh, ausverkauft, nicht? Schnell, ging ja auch, ist ja auch ein kleiner Laden, nicht, also, aber da war die Leute, Wann tritt sie wieder auf, aber die ist leider auch verstorben, nicht, und das war immer ein Highlight, nicht, wenn, oder Joe Luger, der Pianist, nicht, der am Flügel und hat auch gesungen, nicht, aber sehr lustige Schasson, ich möchte mal braut sein, vom Standesamt getraut sein, wenn er das machte, die Leute haben schon immer applaudiert, das war wunderschön, nicht? Robert Kreis war sogar mit seiner Mutti hier gewesen und hat sich sehr wohl gefühlt. Wie viele Leute sind an so einem Abend hier im Laden? Bitte? Wie viele Leute sind an so einem Abend hier im Laden? Wie viel passen hier rein überhaupt? Na ja, das ist, wenn ihr so Karten verkauft habt, wie viel waren das dann so im Schnitt? Na ja, das ist ein kleiner Laden, 200 Leute höchstens, oder? 200 Leute mindestens. Mindestens, ja? Oh Mann, da musst du dich ja hier schon stapeln. Ja. Aber plauder doch mal aus dem Nähkästchen so ein bisschen. Gab es hier irgendwelche bemerkenswerten Szenen? Ja, die habe ich auch schon in einem Buch und an einem Film auch schon und dann jetzt wird das nochmal, und wenn man da vielleicht ein Wort anders sagt, dann... Nein, ach, das ist total egal, sag ruhig ein Wort anders, das ist völlig egal. Aber vielleicht erinnerst du ja irgendwelche Szenen, irgendwelche Szenen hier, ich meine, du stehst so lange hinter dem Tresen, wahrscheinlich hast du hunderte Geschichten von irgendwelchen Gästen, Skurrilitäten, die du erzählen könntest. Oh, na ja, das ist schon schwierig. Das mit den beiden Mädchen, das war doch toll, in der Arbeitsstraße. Also das hat mich sogar umgehauen, wie die sagten. Aber jetzt irgendwas, hier was vorgefallen ist, gab es hier eigentlich überhaupt mal Stress in deiner Zeit? Nein, toll, toll, toll nicht. Nee, gar nicht. Gut geführter Laden, entschuldigt es beinahe ein Eigenlob von mir, aber wir haben manchen Leuten des Ladens verwiesen, wo wir merken, die passen hier nicht rein und das hat bis jetzt dann auch immer... Weil sie irgendwen bepöbelt hätten oder... Weil sie irgendwen bepöbelt hätten oder so? Ja, angetrunken oder bepisste Hosen und... Also ich habe sehr... Also das Hauptmerk war, keine Jugendlichen hier reinzulassen. Und das weiß man auch, dass ich darauf sehr achte, sehr sogar. Alles andere, wenn sich zum Beispiel jemand sich nackt auszieht und die anderen sind damit einverstanden, dann soll er das machen. Also es kam hier schon häufiger mal vor. Das kam schon mal vor, ja. Dass sich hier jemand mal so entblättert hat. Ja, und hat keiner... Hat keiner was. Entblättert zum Tanzen dann oder einfach nur so? Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Ja, getanzt. Ach, denn... Okay, das erzähle ich. Denn die Tür war noch da, ist lange her. Klingelt, kommt ein Mann und hat irgendwie so einen Rucksack oder so. Und ich sage, guten Abend. Ich war an der Tür. Ich sage, kam mir komisch vor, nicht? Ich sagte, ja, kann ich bei Ihnen auftreten? Ich sage, auftreten? Natürlich können Sie auftreten. Ich sage, ich bin Säbelschlucker. Ich sage, Säbelschlucker? Ja, ich bin Säbelschlucker, aber ich nehme kein Geld dafür. Ich sage, das ist okay. Und ich sage, ich gehe dann nur rum mit dem Gefäß und dann kann man da was reintun, wenn man möchte. Ich sage, ja. Ich sage, Jungs und Mädels, hier haben wir einen Schlucker, einen Säbelschlucker, sage ich, seid ihr damit einverstanden? Ja, warum nicht? Ich sage, nimmt von mir oder so kein Geld, aber wenn er einen kleinen Obolus reintut, naja, er macht es, holt seinen Säbel, und es geht runter. Und er hat aber den Säbel sogar in den ersten Reihen, waren ja auch Frauen dabei, und den kann man nicht zusammen klappen. Klappen, nicht? Ich habe mal gehört, die könnte man so zusammen schieben und dann ist es nur so ein Stück Säbel und naja. Und die Leute waren begeistert, nicht? und dann sagte er, ich würde es ja noch mal machen, nicht? Und, aber, da ziehe ich mich aus und dann würde ich wichsen dabei. Ich sage, das weiß ich nicht. Ich sage, das kann ich nicht bestimmen. Ich sage, jetzt frage ich mal. Ich sage, Mädels und Jungs, der würde noch mal eine Vorstellung geben, aber er würde sich ausziehen und fürchtet dabei oder nähern. Und die alle, ja, hier. Oh Gott. Ja, sie wollen es was hören. Ja, ja, gut. Ja, ja, mach weiter. Und dann hat er das natürlich gemacht, nicht? Und die Leute haben ja geschehen und am Läuptigen hat er gewinnen. Naja, das war so eine, und dann hat er gesagt, ich komme dann und dann mal wieder. Dann mache ich das. Okay, ich sage Bescheid, damit die Leute das, aber ich glaube, gesagt, ohne den wichsen. Und Oh je, da tun sich ja Abgründe auf. Ja, da tun sich Abgründe auf. Meine Güte. Ja, und ein Mädchen, die saß da an der Ecke und die ist, glaube ich, der ist ja nackt und die ist meiner in Ohnmacht gefallen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Die saß da an der Ecke mit ihrer Freundin und du sagst, ist der nackt? Das kannst du, ich habe das noch gehört, so ist der nackt. Sind hier öfter mal Leute in Ohnmacht gefallen? Bitte? Sind hier öfter mal Leute in Ohnmacht gefallen? Nein. Nein? Nein, nur beim sich entblößenden Säbelschlucker. Säbelschlucker. Ich habe mich auch gefreut, weil die Gäste kamen ja deswegen. Denen hat sie gesagt, der kommt wieder. Weil immer, ich erzählte die Geschichte, wann kommt der denn? Wann kommt der? Ich sagte dann und dann hat er mir zugesagt und kam ja nicht. Und da war ich sehr sauer. Ich sage, heute brauchst du gar nicht. Ja. Aber auch nie wieder. Was ist für dich so, was geht bei dir gar nicht? Wo ist deine Grenze und wo hast du ganz klar immer schon gesagt, das gibt es hier nicht? Wenn die anderen Gäste damit einverstanden sind, dann schalte ich mich nicht ein. Aber wenn da welche sind, die irgendwas bemängeln haben oder zu wünschen würden, dann würde ich vielleicht, aber so, wenn die alle nur mit einverstanden, was hier vielleicht passiert oder so, dann halte ich mich dann zurück. Aber wenn ein paar, der werden sagen, das und das, ich weiß jetzt, kann kein Beispiel nennen, dann würde ich auch einschreiten und würde sagen, du, das geht hier nicht oder so. Aber solange die, bei dem Schwertschlucker, das hätte gesagt, du, hier nicht. Aber es gibt jetzt nicht so was, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Muss ich mal Uwe fragen. Ja, Uwe, der ist ja auch noch da. Der verkriegt sich da hinten. Der verkriegt sich da wirklich. Ja, Uwe ist ja dein Mann. Ich frage ihn mal bitte. Uwe. Ist ja auch schon jetzt über zehn Jahre hier in dem Laden. Gibt es irgendetwas? Genau, setz dich doch mal zu deinem Gatten. Gibt es hier irgendetwas, wo du sagen würdest, nee, da ist Schluss. Körperliche Auseinandersetzung. Also Gewaltanwendung gegen Gäste oder gegen das Personal. Geht gar nicht. Und politische Agitation. Also versuchen, das Publikum irgendwie politisch zu beeinflussen. Das gehört nicht in eine Bar. Da seid ihr klar. Wenn hier jemand anfängt, irgendwie Parolen rumzubrüllen oder so, dann geht es sofort vor die Tür. Egal in welche Richtung? Das ist egal. Egal ob links, ob rechts. Aber politische Meinung hier dem Publikum auch zu zwingen, ist nicht tolerierbar. Aber ansonsten darf man hier alles. Dürfte man hier auch irgendwie so körperlich loslegen, sage ich mal? Toleriert ihr das? Es ist früher vorgekommen, aber heutzutage... Also hier keine Pornodarstellung. Außerdem den Säbelschlucker, dass der das mal gemacht hat. Aber da kannten wir uns noch nicht. Er kannte den auch noch nicht. Das ist lange, lange her. Das war ja noch mit Klingeln und so. Aber da waren noch Ninoldiumbohnen da oben. Ach gut, konntest du gleich wischen. Ja. Ja, es hat sich ja eh extrem viel verändert. Also einfach durch die Geschichte auch, durch eine gewisse Akzeptanz. Natürlich nicht überall in der Gesellschaft leider. Und der Eingang, das war der größte Umschwung. Das war eine durchgehende Straße. Und hier ist es ein bisschen versteckt. Leute wissen gar nicht, dass hier hinten noch eine Kneipe ist. Die denken, wunderbar was. Also hier kommen jetzt die Leute, hier kommen jetzt die Leute hin, die den Laden kennen. Das ist das Stammpublikum. Aber wir haben auch Durchmund-Propaganda. Sind das denn noch Leute, also es kommt wahrscheinlich alles an Gästen, nehme ich an. Alles. Alles. Nachbarn oder? Auch. Hier auch jetzt wieder die hier zwei Häuser, drei Häuser weiter wohnen. So eine nette Fahrt. Ach, wie oft haben wir das. Wir gingen hier vorbei Jahr für Jahr. Die einen, die irgendwo da wohnen. Aber die anderen ja auch nicht. Wir gehen immer Jahr für Jahr, wir wohnen dort und haben immer gedacht, was macht das sein? Was macht, heute haben wir gesagt, jetzt wollen wir das mal wissen. Das finden wir ja, die kommen oft. Und diese Frauen. Sind das ältere Frauen? Nö, also mittelalter so. Ja. So um die 30. Aber Partyvolk von der Reeperbahn habt ihr hier jetzt nicht. Es verirrt sich selten mal eine Gruppe, die von der Reeperbahn Richtung Hafen wandern und dann hier reinschauen. und das kann schon passieren, dass man dann eine Gruppe von acht bis zehn Engländern bekommt, die um halb drei hier nachts erscheinen und lautstark ihre Lieder singen, dann wieder verschwinden, aber nicht wiederkommen. Das sind ja auch Eintagsfliegen. Dürfen die dann rein oder? Das weiß man ja vorher nicht. Also ihr bittet die da nicht raus, die dürfen schon hier was trinken auch. Aber wir haben hier feste Rundgänge, die gerne hierher kommen, schwulen Rundgänge, wo gesagt wird, dass das und früher war der Eingang da und mit Klingeln und unsere Freunde und auch eine Frau, die macht das. Das soll doch nicht Laubbläse, noch nicht. Hier wird Laub geblasen. Habt ihr denn noch Gäste hier, die wirklich seit der Anfangszeit kommen? Wirklich die ältesten Stammgäste? Oder nicht mehr? Die ältesten Stammgäste. Die wären ja jetzt... Die wären so alt wie du? Wie alt bist du eigentlich? 83? Ja. 83 Jahre alt. Ja. Und du stehst hier auch immer noch aktiv in deinem Tresen? Aktiv ein bisschen, ja. Wenn ich mal ein Glas von da nach da rede, dann mache ich das schon. Also ich sehe aus dem Grinsen deines Mannes, dass Uwe das größtenteils tut. Naja, ich gehe ja mit dem Stock. Und das ist manchmal ein Aschenbecher oder irgendwas. Oder ich gucke auf Toiletten. Papier, da ist Seife, da ist alles sauber, ist sich daneben gepischt. Da gucke ich denn schon. Oder vor die Tür sowas. Da liegt auch manchmal... Ihr letztes Mal, das hast du ja alles weggeräumt. Haben sie uns so Dreck vor die Tür geblieben? Sperrmüll? Ja. Na herrlich. Wenn es Sperrmüll gewesen wäre, hätten wir noch gesagt, nee, richtig verkommenes Zeug, alles aufgerissenen Säcken. Macht den Laden zusammen jetzt, ja? Ja. Ihr seid hier zusammen im Laden. Ja. Und du willst die 50 Jahre hier noch voll machen? Möchte ich, ja. Natürlich. Das ist das Ziel. Wie lange seid ihr zwei schon verheiratet? Fünf Jahre jetzt, am 14. Ja. Fünf Jahre. Ja, aber kennen können wir uns über zehn. Hättest du damals, ich meine, du hast noch eine ganz andere Zeit, eine schwere Zeit für homosexuelle Menschen mitgekriegt, hättest du jemals gedacht, dass das möglich ist? Nein. Einen Mann zu heilen? Nein, 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 nein. Ist das so der schönste Moment für dich gewesen? Ja. Kann ich 100%ig. Ach schön, den Kuss sieht man jetzt leider nicht. Den würde ich jetzt, ja wirklich sehr, sehr gerne in diesem Podcast irgendwie zeigen. Nein, nein. Das freut mich sehr für euch. Ich wünsche euch von Herzen, dass die 50 Jahre, dass der Plan aufgeht, dass ihr das schafft und ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke. Schade, dass wir nicht mit Video machen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Ja, was wir sch 집에 sind. Tschüssig. Ciao. Ciao. Ciao Какto pero哈 von Haaan. 满 landsạt парalam Sierra cai. Vielen Dank.